IFA, mal wieder ganz international im Sonderbericht mit Fashion & Faces unterwegs bei Aishin-Toyota Sewing Machine. Wir haben einen internationalen Gast, nämlich wir sprechen mit Herrn Yamada, der ist Vice President von der Life & Energy Division. Mr. Yamada, first of all, Aishin and Toyota Sewing Machine, I just explained our viewers what it is about, but tell me a little bit more about the company. Alright. Aishin is a manufacturer of Toyota Sewing Machine, so our core business is automotive parts. We are one of the Toyota Group company and we are manufacturing mainly automotive parts. And we are supplying to not only Toyota, but also almost all car manufacturers. But the sewing machine business is also one of our original business. So from 1946, we are manufacturing sewing machine with Toyota Brand. So now we are offering very new computer sewing machine at this IFA show. So since 2008, we are participating in the IFA show. So this is a very important year to offer our new sewing machine. Well, now we offer this kind of, we say, happy and unique concept machine. So we keep on offering this kind of happy and unique concept machine to the market. So we would like to, people understand our concept and we would like to provide the happiness and fun with this machine. Wonderful. Mr. Yamada, Vice President of Life and Energy Division. Good luck and thank you very much. 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 dabei, also Einlagen zum drunterbügeln. Sie brauchen sich nichts mehr anschaffen. Die Maschine ist komplett zum Starten mit der Stickerei für Sie da. Zudem haben Sie natürlich im Internet auch die Möglichkeiten da, auf unserer Seite zu schauen, wie es funktioniert. Klingt jetzt nicht nur nach Nähmaschine im Sinne von Nutzen, mir ist der Knopf abgerissen oder ich muss irgendwas nähen, sondern da steckt ja eine Menge Kreativität drin. Ist es dann wirklich, sagen wir mal, die Maschine für Jung und Alt, also die wirklich alles abgreift? Ja, definitiv. Also es ist sowohl eine Maschine für die Personen, die gerne nähen, aber es ist zusätzlich auch eine Maschine für Personen, die einfach sich wie im Zeichnen einmal austoben wollen. Sie können ja regelrecht Bilder damit anfertigen, sie können Applikationen anfertigen, Kissenbezüge mit einem Logo, mit einem Namenszug versehen. Also das ist wirklich etwas für Jung und Alt, für Kinder, für Herren, für Damen. Da müssen wir natürlich die wichtigste Frage stellen, ist die Maschine schon erhältlich und wo ist sie erhältlich, wenn der Zuschauer sich da hier auf der IFA mal informiert hat und dann anschließend in die Läden rennen will? Ja, die Maschine wird ab Ende des Jahres auf dem europäischen Fachhandelmarkt erhältlich sein. Sie können jetzt Vorbestellungen machen, was die Farbe angeht, aber wie gesagt, ab Ende des Jahres, November, Dezember, können Sie dann im Fachhandel diese Maschine erhalten. Ganz wunderbar, Frau Furckers. Vielen Dank, da freuen wir uns und ich überlege mal, ob ich im hohen Alters nähen anfange. Herzlichen Dank. Viel Spaß.